hallo und ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge landet kräfte was habe ich heute vor auf jeden fall erst mal hier ernten hat noch nicht fertig ich werde mal damit es hier draußen auch ein bisschen schöner aussieht hat er ja letztens gesagt ich würde gerne die ganzen die baumrinden dinge darum die würde ich ganz gerne auf wasser bauen so das heißt ich will das natürlich auch vernünftig haben das heißt ich brauche erstmal eisen zum glück werden die drohen schon ein bisschen was hin und her so ich würde hier erst mal durchbauen die tür habe ich schon gesetzt und muss mal gucken ja eigentlich wollte ich wieder rückgängig machen aber naja kommt eine tür geht ruhig so dann würde ich das ganz gerne hier an bauach wieder vergessen dann ruhig ein bisschen länger mal sein so wir haben ja 1 2 3 oder mal einlassiger stehen 1 2 3 4 ich glaube fünf wie will kann das ding ich glaube fünf ne die die der verstärker er macht fünf ne maschinen acht sogar hatte muss ich mir überlegen wie baue ich das am besten obwohl ich muss mal gucken ob ich auch was anderes machen kann was vielleicht ne weil dafür braucht er immerhin 75 energie aber bringt halt eben 1450 sauerstoff wenn ich mir das angucke 1004 369 12 246 das finde ich davon baue sie kennen sind das was genauso viele ich würde sagen ich brauche ja sowieso noch algen ich würde sagen ich baue hier von die fünf in so einem kreis da kann ich auch noch algen nehmen neben der rest ich glaube das ist glaube ich besser hätte nämlich die weg na denn eine mitte vier rund rum dann haben wir fünf und in den ecken kann ich jeweils die algen machen bei algen brauchen wir sowieso oder würde ich sagen holen muss mal ein 12 1 2 3 4 5 wir haben sechs hier reicht das besser drüben recht nicht und dann kommen wir hier den brauchen wir hier nicht der ist ja er ist ja nirgendwo angeknöpelt ne ne gute machen wir die tür weg hat es nicht lehrt ach nein stimmt ja die baumrinden dinge sind denn hier noch drin und man gibt mir hier den schnaderat jetzt schnell bevor er neue baut so flitzen wenn wir hier mal wieder rüber ich hätte ganz gerne eigentlich das fundament wird auf dem boden runter aber ich denke mal man kann es auch übertreiben so hier das war schon richtig so so ja dann guckt ist genauso hoch und da kann ich die tür wieder reinsetzen das ist super das genauso wie hier ja genau cool genau aber ach mist ich kriege hier gar keine tür ran ich muss mal gucken ob das vielleicht doch geht es geht glaube ich nicht nur auch für die sind ja auch alle nicht vorher auch alle nicht leer achten bis jetzt müssen wir überall türen reinsetzen okay dann brauchen wir schnell bis bis und bis so toll da komme ich nicht hin klar komme ich da hin so und bin ja mal gespannt ob ich das ja drüben anbauen kann aber ich glaube das geht nicht ne hier war doch mal ist ja quatsch was ich gerade laber ich will ja 1 2 3 4 und dann eine in der mitte also einer muss jetzt noch hier ran und ich beim überlegen mache ich noch ein wohnabteil nähe eigentlich theoretisch ich guck mal ganz kurz ja guck mal es geht so so jetzt muss ich gucken so und jetzt muss ich gucken ob ich den daran gesetzt kriege aber das glaube ich das funktioniert nicht denn müsste ich einfach nur ok war das die tür müsste ich jetzt oder ich müsste dann ach so die tür kommen die tür hier drin ach es stimmt ja ich war ja das so jetzt gucken wir mal ansonsten muss ich ansonsten muss ich er geht nicht ach verdammt er geht nicht okay dann muss ich aber da wird näher zu groß okay dann kann ich bloß vier bauen aber vier ist mir zu wenig ich muss wahrscheinlich denn hier doch im wohnabteil dazwischen sitzen oder ein fundament war da ich hätte man von dem fundament nehmen war ich brauche reisen oder glaube ich in der tisch wo ich habe ein bisschen was in der tisch oder ich muss hier ach misst dann muss ich überall türen reinsetzen jetzt im fundament ja genau jetzt habe ich zwar gegessen aber bin immer noch so oder mal hier nein hier geht's raus hab ich jetzt vernünftig nein immer noch nicht bedammt bleib mal auf du scheiß tü das gefällt mir das nicht ich habe ich das ja vorhin gemacht sag mal habe ich das da auch so hingekriegt aber ich habe es von unten gebaut so habe ich es gemacht genau so habe ich das gemacht so guck mal dann müssen wir jetzt hier ein nach da ein nach da dann können wir da ein dran und da ein rambon da ein rambon aber ich glaube mit dem wohnabteil ich glaube ich sieht besser aus als mit so einem fundament von der menschen scheiße aus sondern nehmen wir die tü hier auch wieder weg habe ich alles in der tisch für so ein ding habe ich dann machen wir das lieber so ich glaube das sieht besser aus so kann jetzt deine rand da eine rand dann haben wir zwar bloß 4 aber ich glaube jetzt fehlt mir was wir machen erstmal hier sieht ja fast aus wie als ob dazu sein muss aber ich glaube ich habe keine tür jetzt meine einmal titan fehlt wir fliegen schon wieder die panama titan kann hier so lange rausholen mehr die quatsch so wieder hoch ja noch mal ich brauche ja noch die türen brauche ich ja theoretisch gar nicht ich brauche jetzt muss eine tür wenn wir dich da oben reinkommen und wenn ich die aufeinander legen kann er zerlegen kann hier oben nein hör auf mich rein da na geht doch und gibt hier den quatsch ja wenn ich wüsste wie groß der rand ist wie groß der rahmen ist das könnte man ja jetzt da noch ein ich komme nicht links und nach rechts ne ach komm wir wollen nicht übertreiben wie gesagt ich kann ja mit ich kann ja mit mit algen ja auch eine ganze menge machen hier und ich würde sagen den optimieren die stelle ich auch hier oben drauf dann stört er uns im haus nicht so einmal die tür bitte auf jeden Fall habe ich bald kein plass mehr so und du kommst halt genau war es was ist das für ein quatsch wieso funktionierten dort nicht mit das so rum macht geht das denn ach so rum geht es naja gut so dann gehen wir mal rein gut den hole ich mal den optimiere so das haben wir wir müssen mal gucken dass wir nicht zu viel strom so viel sauerstoff verlust haben sauerstoff haben wir jetzt das schreibe ich mir mal auf da haben wir jetzt eine million vier hundert dreiundfünfzig tausend neunhundert siebenundvierzig so wenn wir jetzt mal was trinken so dann ruhig und optimiere hier mal weg per den quatsch denn wie gesagt allen brauchen wir sowieso nachher brauchen wir dünge und was nicht alles für die frische und für den ganzen kiki wachs das heißt wir müssen hier unten noch ne so steht schön mittig zack alle wieder rin so was haben wir jetzt an für lust ich gucke mal theoretisch sind ja jetzt drei geräte weniger ne bis jetzt jetzt haben wir nur noch 158.000 oder mal 12312 habe ich falsch gerechnet vorhin so habe ich jetzt 1,5 millionen habe ich falsch die 14 millionen waren das nicht ne aber da habe ich ja da jetzt falsch gerechnet ach verdammt ist egal kommt so wir brauchen klebstoff ich will mindestens vier mal algen jetzt machen wir brauchen wir davon also scheiße brauchen wir acht stück davon hoffentlich haben wir genug davon 1,2,3,4,5,6,7,8 ok da kann ich ja schon mal magnesium holen brauchen wir 4 1,2,3,4 vier mal super 1,2,3,4 super einmal ein paar kann ich schon bauen und die kann nicht theoretisch hinsetzen wo ich jetzt will eigentlich nach schade dass man hier nicht rauskommt wenn ich möchte dann natürlich alles ein bisschen vernünftig haben also hier hier würde ich ihn ganz gerne hinsetzen also hier unten im wasser mal wieder ankommen ja mir fehlt wasser ich muss im wasser bauen und mir fehlt wasser das habe ich ja wieder richtig super gemacht brauchen wir viermal wasser und wir haben natürlich gut da muss ich die bombe rinde erstmal ablegen raus mit dir quatsch ich muss runter jetzt mal 34 so jetzt muss ich alles haben ja jetzt habe ich es jetzt hab ich so mal sehen ob ich bis da unten hinkommen na bitte auch noch alten noch einbauen der gute ist wenn der klebstoff ist klar sollen gibt mir den quatsch kann ich hier nein hör doch mal auf botte muss die rechte taste drücken ok jetzt fehlt mir noch dünge und überlegierung er habe ich nicht so habe ich nicht genug eingepackt ich brauche zweimal überlegierung sehe ich gerade so also brauche ich noch zweimal dünge und noch dreimal überlegierung 1 2 3 jetzt kann ich es bauen nein fehlt denn jetzt noch ja ich müsste auch mal den dünge mitnehmen warum vergesse ich habe immer jetzt aber was vergessen so eine weg auch gleich runde gleich einstellen dass die drohnen den dünge die algen auch gleich transportieren so kommen die quatsch brauche ich ja gar nicht das macht er ja alleine stimmt dann machen die drohen ja alleine stürm 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 da siehst du dann muss ich hier muss ich hier irgendwann noch schöne brücke bauen hier geländer bauen und weil jetzt war es ein bisschen sehr weit weg eine aber der könnte man theoretisch von man noch mehr baut kann man hier noch dran bauen ob die dinger müssten denn eventuell noch mal weg oder theoretisch könnte ich links und rechts noch einen anbauen oder 1 2 3 4 5 6 7 8 also haben wir jetzt acht stück oder gehen zwei haben wir jetzt haben wir jetzt allerdings 1,7 habe ich jetzt mehr wie vorher hat er die anderen gar nicht genommene höhe ich habe jetzt 1,7 millionen jetzt habe ich ja sogar mehr sauerstoff wie vorher okay das muss ich mir beim rendern angucken und werde ich dort kriege ich mit oder so verzählt haben kann nämlich nicht nee das waren keine 14 millionen oder nee da kann keine 14 millionen überlegen da muss die 1 2 3 4 5 nee das hat mich so verzählt naja okay gut was kommt als nächstes exoskelett 4 kommt der bohrer kommt bei 13 8 du scheiße wir sind gerade mal bei 8 sammle ja kommen die hier kommen wir daher die für stinger bla 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 hier aquarium und hier kommen erst bei 175 also die zahl geht auf jeden fall jetzt stelle hoch wie sonst wie vorher oh gott danach kommt schon so wir müssen unbedingt wir brauchen unbedingt quaz das sage ich euch so wie das ist ich wollte ja noch mal glasscheiben machen ich werde da drüben noch so eisen und kobalt ich will hier die küche schon vorbereiten ich will die küche vorbereiten für genau ich will dem ding nämlich sagen wenn er das erst mal los fliegt soll er nach was wollte ich jetzt sagen ich jetzt sagen schokolade mitbringt also hier kakao die samen kakaosamen so ich will mir schnell zur küche rüber wie viele nehmen wir davon am besten gleich zwei nein quatsch hier muss ich hin weizen brauchte ich weizen für die cookies aber ich das jetzt wüsste verdammt das war doch mal die küche muss ich ja auch noch erst kaufen wo ist die küche hier kochstation 400 könnte ich mir sogar leisten kommt das machen wir auch wir nehmen das ding ich nehme zweimal weizen und zweimal kakao ja und dann kann man diese die ist gleich dies bald fertig dann können wir nämlich kakao und den ganzen kiki fax dann können wir nämlich hier auch schon herstellen also hier cookies dann kann man das hier schön hinstellen wir kommen wir die automaten noch rein automatik hier automatisch gekocht wird genau so mache ich das super jetzt muss ich mir überlegen wo fliegen wir als nächstes in 23 minuten haben wir erst noch ich würde sagen ich habe mir noch mal den wands voll hier mit wasser so wenn er sich noch schnell was nochmal das war ja alles automatisch hier ja gut supi oh die fische kommen bald strom haben wir noch 311 naja das geht noch so essen nehme ich mir mit ist auch noch erst auch noch schnell was ich brauche unbedingt einen mülleimer ich brauche unbedingt einen mülleimer um da alles reinzuschmeißen damit es selbst damit die drohen das wegräumen können spiel für habe ich noch eine tisch oder mal erst einmal so ich mache ich hier titan sind wir voll er war mir titan hier tan hier rein magnesium aber wir müssen wir müssen hier nachher alles rein schmeißen was wir nicht mehr brauchen weil habe ich nämlich gesehen die drohen ja die drohen machen die dings die nicht mehr leer also das eisen nicht bekriegen deswegen das muss leider da reingeschmissen werden so da mache ich noch schnell den wurm wieder weg also weisen nehmen wir jetzt mitkommen ich werde mal ganz kurz da hinten hin fliegen aber mal hier lag dann noch eine kiste hier irgendwo lag dann noch eine kiste wir brauchen nämlich eisen an grog man hier überall bäume schon geil wir brauchen gar keine baumstreuer mehr hinstellen es ist viel sollte ich mir vielleicht erst mal machen aber kommen jetzt nicht die erste mission so weit weg naja wir sind so weit weg nach mir haben wir schon weißen alles mitnehmen wir brauchen unbedingt aluminium ich werde hier verrückt ja sag mal schnell was brauchen wir pulsar quatsch hier war doch noch eine kiste wo es die abgeblieben habe ich mir hier ist es ist rechter er kommt wieder drei eisen die zwei die ein eisen war da groß aber es egal jedes eisen zählt das muss ich mal gucken hatte ich hier ich hier alles rausgenommen die kisten da die alle raus aber hier wollte ich eigentlich nicht hin ich wollte da hätten zu den zu dem bogen weil da hatten wir doch draußen auch noch alles stehen lassen da war doch bestimmt noch material drin eisen die pappel naja jetzt würde ich ganz gerne hier in einem irgendwo hinstellen ich mir sage ich schon wieder im schrank und dann lasst die drohne alles nach hause bringen aber dann müsste ich gut eisen wenigstens ne eisen titan silizium das wird ja schon einsortiert und wenn man unterwegs ist könnte man hat ja meine reinschmeißen und die drohnen bringen für mich nach hause blut 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 blut. also wie das hier dann brauchen würde nämlich nicht schleppen so hinein in die gute stube kommen wir haben eine kiste kommen wir bauen schranken scheiß drauf so schrank da machen wir angebot dass das war nicht hier anklicken bis alle hin geht in der strg vielleicht ich mache das mal so ich hatte das erste gedrückt halten hat er genau geil priorität drei angebot so kann man da können wir alles reinschmeißen hier eisen sein kobold rein kommen dann nehmen wir leider platten auch noch gleich haben wir die zugangskarte haben das zugangskarte aber kann ich wieder nicht gucken wo ist denn hier die leiterplatte ok ich fange hier oben an hier ist nicht ich sehe die bestimmt schon geht gar nicht kommen ist egal die kam in der tasche walten und wir sind abgeholt ja ein eisen warte man ja nehmen wir das mal alles mit raus hier verkloppen würde ich auch gleich du kannst da gleich mit rein du auch so gehen wir noch mal ganz kurz hier rein hier muss ich mal ganz kurz gucken ich glaube die er hatte das hier geschrieben hier kommen wir auch zwei reine in das ding komme ich nicht durch war das hier hier ist nicht mehr das ding ein schönes eisen warte ich mich noch mal durch hier интерес Vielen Dank.